Bist du abergläubisch? Das ist der Schutzpatron, der Schmuggler. Hat er dir Glück gebracht? Ja. Ich weiß, Arthur schießt schlecht. Aber vielleicht hat ihn auch die junge Dame abgelenkt. Du weißt, was ich wissen will und du wirst es mir sagen. Um was ging es da eigentlich? Was wurde da geschmuggelt? Keine Ahnung. Ich weiß bis heute nicht, was ich darüber geflogen habe. Wohin? Schweden. Wie viel? 5000 pro Flug. Und wie ging es weiter? Na ja, als ich keine Schulden mehr hatte und die Maschine bezahlt war, wollte ich aussteigen aus der Geschichte. Aber das ist immer so eine Sache mit dem Aussteigen. Es tut mir leid, aber wenn du aussteigen willst, ist das hier alles vorbei. Und dann bist du einfach weggeflogen und hast dich hier vor ihnen versteckt. Ich dachte, ich wäre sicher hier unten im Hessischen. Aber sie haben dich doch gefunden. Du hast mich vergessen. Zusammen schaffen wir das schon. Du Ratte, die Falle ist zu. Ihr wollt das Geld. Und wenn es geht sofort, sonst gehe ich mit der Kleinen hier nach nebenan. Mit dem Mädchen kannst du machen, was du willst. Stell den Spiegel so, dass du mich sehen kannst. Der Mann neben dir ist Ruth. Sie sind wahnsinnig. Komm, gib mir deine Hand. Spürst du das? Das ist wichtig. Was ist mit dir? Bist du fertig? Jetzt sind wir fertig. Ent mehr! Shit, ich muss ja. Dann muss ich mich Thema. Ich komme hier. 佳 rankin немige. Zuwanderstab! Das ist deine Zeit ist komplett. Ich bin Action mit dir. Das ist mir nell Dubai色.